Der Film Lips & Tipps kommt von Christian Koch. Den könnt ihr auch auf YouTube finden. Er hat jetzt einen Kurzfilm gemacht. Das ist auch nicht sein erster Kurzfilm, sondern ist, glaube ich, schon sein zweiter Kurzfilm. Ja, hier verlinke ich dann natürlich auch noch den lieben Christian Koch, damit ihr euch da auch den Trailer von angucken könnt. Und der liebe Christian, ich habe dich jetzt mit diesem Film auch mit unterstützt. Ich habe ihn jetzt gerade über Prime gesehen. Und ihr könnt auch bei dem Christian Koch, der natürlich auch eine Blu-ray und eine DVD, glaube ich, ergattern. Und mit ein paar Art Cards, glaube ich, von Ralf Krause, glaube ich, kommt. Auch dieses schicke Cover und mit Eintrittskarten und so. Da habe ich jetzt noch ein anderes Video drüber gesehen. Und ja, jetzt möchte ich jetzt halt auch nicht so lange quasseln. Dieser Film läuft 31 Minuten. Ja, eine Flugbegleiterin landet auf einem Flughafen, wo das jetzt ist. Das weiß ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt vergessen. Aber auf jeden Fall die Melanie heißt sie. Genau, die ist total fertig und hat irgendwie auch kaum noch Zeit für ihre Freundinnen, mit denen irgendwas zu unternehmen, weil sie andauernd nur am Fliegen ist. Ja, dann in der Tiefgarage. Sie ist wirklich ganz alleine und will nach Hause fahren. Auf einmal ist da eine maskierte Person, die nach Hause möchte. Es scheint wohl eine Frau zu sein. Im Rückspiegel sieht sie dann natürlich, dass das eine Männerhand ist, die roten Fingernägel hat. Sie bekommt Angst und sagt, an ihrem Auto ist was nicht in Ordnung. Sie steigt aus. In dem gleichen Moment steigt er natürlich auch aus. Und sie steigt schnell in ihren Wagen und ist weg. Hier hat man dann natürlich auch diese wunderbare Synthesizer-Musik, ja, Synthwave, eingesetzt, was ich doch sehr, sehr cool finde. Und ja, dieser mysteriöse Mann macht dann auch keine Gefangenen und stalkt sie bis zu ihrer Haustür. Und viel weiter möchte ich auch nicht drüber schnacken. Der liebe Christian Koch, schön, dass du diesen Film gemacht hast. Also, wenn du diese Art von Filmen nochmal machen solltest, würde ich liebend gerne wieder unterstützen. Ich habe jetzt mich gestern, sage ich jetzt mal so, also ich habe ja deinen Trailer schon gesehen und fand den Trailer einfach fantastisch. Und von dem lieben Christian Koch wird natürlich auch unten was hineingeschrieben. Der Muvilu hat natürlich heute auch noch ein Video hochgeladen. Das habe ich mir angeguckt und da war ich dann natürlich, stimmt, ich habe ja noch was vergessen. Ich wollte doch den Film doch noch gucken. Also, Muvilu, sei auch du gegrüßt. Ich habe mir gerade dein Video angeguckt und dann dachte ich, ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Jetzt kann ich zu Bett gehen. Und, ja, ich habe mir den Film jetzt geliehen für 4,99 Euro. Und, ja, ich finde den Film fantastisch. Und er ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und, ja, auch dieser Schluss sozusagen. Es wird jetzt nicht viel gespoilert. Ich glaube, ich habe jetzt schon auch schon viel zu viel über diesen Film verraten. Der lief auch schon auf der Wicked of Hell 2021. Also ist der Film doch schon ein wenig älter. Aber ich finde das toll, dass der Christian Koch den jetzt auf Prime auch noch veröffentlicht hat. Und, ja, dass wir Konsumenten uns den auch noch angucken können. Deutsche Schauspieler, fantastisch. Die Stewardess, die spielt das fantastisch. Sehr, 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 sehr schmackhafte Darstellerin. Auch dieser Mann, der sie da terrorisiert. Auch sehr, sehr gut. Sehr gut produziert. Kameraführung sehr gut. Alles sehr, sehr ruhig. Nichts Wackeliges. Und der Soundtrack hat mich natürlich auch überzeugt von dem Film. Gut. Wie gesagt, unten von dem Christian Koch haue ich dann nochmal die Information und den Trailer rein. Das war's. Und super Video. Ich kann nichts zu meckern freigeben.